Das ist doch schön. Promo was ist das? Ich sehe sie bereit. Wir fahren noch mal da rum. Du bist schnell mit dem Überholen. Weiter so. Was ist das? Was ist das? Du zeigst eine Menge starker Überholmanöver. Mach schon weiter. Schön aufpassen mit kleinen Ramm. Die letzte Runde. Ja, kollidiert wieder. Lass mich nochmal durchgehen. Die Runde. Die Runde. Die Runde. Die Runde. Schmerzen, die Runde. Die Runde. . . . . . . . . Ah, Hulidier. Eieiei, ist das aber noch hochdünn, ey. Egal, ist jetzt mal nicht ganz so schlimm. Ist eh kurz vor dem Ziel, wir waren dauerhaft Erster, sollte gut gelaufen sein. Versuch im Rennen gegen die Top-Clubs ein paar gute Ergebnisse. Von 29.000, 39.400, der hat gerade mal 7.000. Die haben wir ja deutlich hinter uns gelassen. Schick, schick, immer mehr Fans. Starten wir in die nächste Wehrsee. Der Kurs in Portimao ist eine echte Achterbahn. Pass auf, dass du in den Bergabpassagen nicht zu sehr ins Untersteuern kommst. Was im Auto blieb jetzt gestartet wird, eigentlich nicht mit dem. Mal gespannt. Mal sehen. Du bist schneller als die anderen. Sehr gut. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Und jetzt้inst. Zielzeit A. Die Sonne ist ganz schön am Blinden. Die Sonne ist aber ganz schön in den Bergdentalpark. Die Sonne ist ganz schön in den Bergdentalpark. Die Sonne ist ganz schön in den Bergdentalpark. Heftige, heftige Strecke. Die Sonne ist ganz schön in den Bergdentalpark. Einmal von der Strasse abkommen und du wirst hier einen Blick von der Frau an. Die Sonne ist alles sehr sauber bisher. Pirouette spielmäßig war das schon, ey. Der hat wohl eben gerade seinen Wagen abgestellt. Mitten auf der Fahrbahn, ey. Trotzdem, meine Zeit vom letzten Mal nicht besser. Aber meine erste Zeit hat gereicht. Das ist wie immer gut. Wenn du zu langsam aus der letzten Kurve kommst, kannst du mehrere Plätze einbüßen. Beim Zeitfahren kommt es auf volle Konzentration an. Schnell rein, schnell raus. Du bist der schnellste im Feld. Weiter so. Nochmal so ne Strecke. Schnell rein, schnell raus. Kann man auch falsch verstehen. Das war jetzt keine Einspielung, nein. Das war jetzt. Ach du Scheiße, was ist das denn für eine Kurve? Du kannst mit den anderen mithalten, wenn du kannst. Drück drauf. Wollt ihr weit gehen? Nicht ohne diese Vantage gehen. Alter, das kostet Zeit. Wir sind aber noch in Römer gepusht bekommen. Ich war gerade so noch im grünen Bereich. Ich ramm mich doch nicht einfach. Ich hab dich nicht gerammt, bin sauer vorbeigefahren. Aber du, ne? Jawohl. Schaffen wir ja, das wird schon. Ne, also diese Kurve lasse ich nicht gehen. Noch ein bisschen schlecht. Wirklich ein bisschen sehr hoch und wir sind voll verloren gegangen. Aber wir haben es trotzdem, denke ich mal geschafft. Wir möchten neue Fans gewinnen. Versuch ein Ziel zu erfüllen. Und der erste Platz in der Promo. Also ne, wie hat sie. Aber wie ist sie ja? Ne, wie? Du hier alleine gerade. BsR, so. Uiuiuiuiui, haben wir auch noch was vor uns. Die Strecke hier.